was geht was geht ab leute heute spielen wir roblox game und ja durch popcorn trinken viel spaß aber die lichtfaktor müssen auch aber da oh mein gut ich darf nicht und ich verstecken oder einfach jetzt machen könnte zu machen fakt ist oder hat er uns gefickt ist dass er ist hier das ist wie freddy hat gott ja jemanden sind deswegen jeder ist abwarten christian jetzt ist die weg oder wenn ich da und wie lange wieder noch da chillen von meinen eier was ist das alter what the fuck what the fuck hey freddy oh my god was war das fuck ich hab schon jetzt kein bock mehr keine ahnung oh das wird auch bro team sind freddy ja keine ahnung noch freddy oh my god aber hier kommt keiner durch hier kommt noch nicht mal freddy durch es wird so gefickt aber steht lieber drin bleiben so langweilig herunen sind woher kommt woher kommt noch vor gensort ein bisschen echt, was du. Oh, das ist richtig gut. Hey. Was? Bro, 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 was das? Oh my God, is he ever dead? ja wie der uns anguckt jetzt so mein gott er kommt sowas von uns er geht schritt für schritt gleich sonst was sind nicht ganz sicher mein gott alter nie wieder er wollte meine arm wieder kommen er ist einfach woanders gegangen wie du mein gott ist das ist doch von chica spiel nein kein strom mehr spiel so leute bis jetzt im anderen spiel jetzt an der haus spiel mal gucken ja ich glaube es wird besser als das andere spiel was stark kann ich verstecken ich habe schon kein bock mehr stark ganz einfach okay bis es aus die greuze also ist schon ein bisschen aus aber überleben was einfach nur augen zu machen kann man sich verstecken ich glaube nicht was was f f f ich kann mich mal Hey! Ah! What the fuck? What the fuck? Oh, wie los war's? Bitteschön! Hab schon keinen Bock mehr! Hat sie einfach geschrien! Hey! What the fuck? Hey, hab keinen Bock auf das Spiel! What the fuck? Ich schaffe hier! Ah! What the fuck? Ich kann's nicht mehr! Bitteschön! Nein! Ich hab schon keinen Bock mehr! Komm, ich kann einfach raus! Hey! What the fuck? Das Auge! Augenmensch! Die Clown! Nein! Nicht wieder der Ente! Ja, genau! Wahrscheinlich! Start! Nee, das Teddy, oder? Ja, ist wieder Teddy, alter! Oh, er kommt gleich! Bro! Hey! Ey! Ich陳! Komm her! Ich hab Haria-K classe. Wies runterplant Kingdom von Axe Jerster SAIL. Wot Off. Wie sprechst du auf der Augen? Zuhof. wasser junge dd fack mich ab alter und weckt das ist einfach so guckst dann das auge ich schon wieder der viola irgendwas wie der teddy von mir hatte fickt mich doch alter stütte ich kiffin die auge ist ja wie hässlich ok warum schon waren schon ein uhr und ich muss runter gehen das generator alter das 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 ist das das ich geh doch tiefer rein ist er bitte sehr lieb doch die alter wo ist der andere ich kann es nicht alleine hässige teddy alter junge ist die frau ich bin behindert guck mal ich bin dumm das oge wo der ich muss das reparieren auch wieder hin junge keine dumme kleine ich hab doch kein bock mal alter märk was doch junge wie läuft das alter die verastelt oh mein Gott hey Nicht der Auge, Alter. Ich glaube, auf hier. Junge. Ich habe die Augen zu. Ich kann nichts mehr. Ich helfe dir. Zack. Ich bin weg. Was ist das? Bro, what the fuck? Wer Cheater bin? Junge. Junge, das ist die Back-Zero. Wie läuft das so? Komm, ich darf fragen. Das war geil, Alter. Nicht den TDR, der fuckt mich ab, der kann mit Zwerg. Ist gestorben. Hey, ruhig bleiben. Wer cheater, bitteschön, da unten. Wisst ihr das? Ich habe gerade geschrien. Fuck, du wirst dich ab, Alter. Ich habe noch ein Spiel. Oh mein Gott. Alter, ich komme. Wir tauchen hin. Bist du wohnen. Ich habe es dich, lieber geklert. Vielen Dank.